US-Präsident Barack Obama oder sein republikanischer Herausforderer mit Romney. Diese Wahl bewegt die Welt, auch Deutschland. Das Verhältnis zwischen Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel ist eher nüchtern. Im Kampf gegen die Finanzkrise sind sie uneinig. Ein möglicher Präsident Romney setzt wie die Kanzlerin aufs Sparen, sieht sich zudem fest in der transatlantischen Tradition. Die Deutschen haben allerdings andere Präferenzen. Von der Sympathie würde ich schon Obama wählen, natürlich. Ich wünsche ihn überzeugender im Wahlkampf. Er ist einfach der bessere Präsident. Könnten die Deutschen wählen, würde eine überwältigende Mehrheit von 91 Prozent für Obama stimmen. Lediglich drei Prozent würden mit Romney wählen. Ich würde auch für Obama stimmen. Warum? Ich halte ihn für fortschrittlicher, für sozialer vor allen Dingen. Auch das, was er mit der Gesundheitsreform da angestoßen hat, das war, ich denke, für die USA sehr wichtig. Er hat auch enttäuscht. Er konnte nicht so viel von seinen Reformen voranbringen, wie ursprünglich angekündigt. Aber immerhin, also es ist besser als Romney. Er hat zwar vieles nicht geschafft, was er sich vorgenommen hatte, aber er will das Richtige. Ich würde die Republikaner wählen. Warum? Obama hat vier Jahre Zeit gehabt, Dinge zu ändern. Die Verschuldung ist hochgegangen auf 16 Billionen. Selbst eine Volkswirtschaft wie die USA verträgt das nicht. Viele Wähler in den USA sehen das ebenso. Umfragen zufolge liegen beide Kandidaten gleich auf. Die Präsidentschaftswahl wird wohl ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Die Prä